Ahahahahaha Massi, machst du kurz ein Insta-Bild von mir? Massi, seh dich mal um, bitte. Massi! Zeig mal. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Halibaba Nuri und willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich habe hier meine Geschwister wieder zusammengetrommelt auf diesem Bett, weil ich mir gedacht habe... Das waren so Geschwister. Warum lachst du? Geschwister. Heute ist wieder Pantomime dran. Im Leben, wow! Also Pantomime ist ein Video, oder ein Spiel, das man mit Freunden spielt. Wir spielen das mit unseren Geschwistern. Hauptsache man hat Leute um sich rum, denn das ist das Wichtigste im Leben. Okay? Nein, denn das Witz ist nicht das Wichtigste. Bevor wir mit dem Video beginnen, möchte ich noch etwas sagen. Wir haben jetzt ein Postfachleute. Das bedeutet, ihr könntet uns theoretisch Sachen schicken, die wir in Videos öffnen. Die Idee dahinter ist, dass wir ein Format daraus machen und vielleicht lustige Sachen zu geschicken. Wir machen wie? Ach so, okay. Ja, aber die Frage ist nur, ob Leute wirklich Sachen schicken. Es kostet schon Geld ein bisschen. Die Idee ist einfach, dass ihr vielleicht Sachen schickt, also nicht denken, wir wollen nur Sachen haben. Es können ja auch, keine Ahnung, Briefe sein. Genau, es können auch Briefe sein. Es geht wirklich darum, dass wir Sachen vor Kamera öffnen, die wir von euch zugeschickt bekommen, damit es ein bisschen lustig ist. Was hast du gesagt? Es geht nicht um die Sachen. Was machen Sachen? Also wenn ihr Sachen schicken wollt, dann könnt ihr es an die Postfachadresse Alibaba Nuri Postfach0001 1254 Wien schicken. Eine Sache wollte ich euch noch erzählen und zwar, Sano ist heute zu mir gekommen und hat gesagt, sie wünscht sich ein jüngeres Geschwisterchen. Also ein Geschwisterchen, das... Das ist jünger als sie. Sano, was ist der Grund, warum willst du dir das? Weil wir Horrorfilme sagen, dann würde ich sagen, nein, das ist nichts für dich, und geh einfach schlafen. Sie will ein jüngeres Geschwisterchen, damit sie dem Kind dann sagen kann, geh schlafen, wir schauen jetzt Horrorfilme alleine. Weil wir das immer mit Sano machen und sie will das auch mit jemandem machen. Bevor wir anfangen, ich möchte jemandem Hallo sagen und zwar, das ist die Schwester von einem sehr guten Freund, der heißt Benjamin Deric, nicht die Schwester, der Freund heißt Benjamin Deric und die Schwester ist Hanna. Hallo Hanna, sag Hallo. Hallo Hanna, wir grüßen dich, weil es ist Massis Wunsch und ich bezahle Massi nicht, also bezahle ich ihn mit diesem Gruß. Das bezahlst du, oder? Und Benjamin weiß schon, warum ich sage Deric. Benjamin Deric, Hanna Deric. Wir machen zwei Teams, die Frage ist nur, wer möchte mit dem Team sein? Machen wir wieder dieselben Teams? Wie sehr ihr glaubt, dass ihr uns jedes Mal schlagen könnt. Und das ist auch bisher so passiert, deswegen glaubt ihr das. Aber ich bin heute gut drauf, das heißt, ich glaube, ich kann heute sogar mit Sano gewinnen. Was meinst du denn mit sogar mit Sano? Weil Sano so gut ist, das meine ich mit sogar mit Sano. Oh Gott. Die anderen Male nicht gut. Sie war super, das ist ja das. Sie war super. Sano ist die beste Pantomime-Mitspielerin. Das Team, das als erstes 8 Punkte hat, gewinnt. Wir fangen an mit Pantomime. Los geht's. Los geht. Ich fasse meine Kamera nicht an. Als erstes stelle ich da und diese zwei Idioten überlegen sich ein Wort. Dutzeln. Autofahren. Hm? Kann das fliegen? Warte. Kann das fliegen und dann kann es gehen? Hm? Ok, ich sag einfach alle die Flinker. Hm? Auto. Straßenbahn. U-Bahn. Straßenbahn. Straße. Ja! Wow! Ich denke mir wie einfach! Sano, schöne Hose. Lustig aber. Sie hat eine schöne Hose. Leute, schaut euch mal Sano's Hose an. Richtig schön heute. Und Masi? Nein, einfach nein. Sano, bleib sitzen. Boogie, boogie! Wer von euch stinkt jetzt hier. Was? Was? Masi, du stellst mich da! Warte, bist du hängen geblieben? Ich stelle da, du Opfer! Los! Wasser. Wähle? Na. Wasser ist das erste Wort dafür. Wähle? Wähle. Wasser. Du machst mir nach mit den Geräuschen. Boot! Boot! Schiff! Kreuzfahrtschiff? 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 Äh, Kreuzfahrtschiff? U-Boot? Sorry. Kreuzfahrtschiff? Mhm. Titanic! Ja! 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 Wie kommst du darauf? Was? Weil ich habe mich daran erinnert, wie du und Sanof beim Heimgehen darüber so viel Super gemacht, Leute! Außerdem... Vielen! Achso, das ist einverstanden! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Genau das hat mich gemacht! Vielen! Du musst einfach sagen... Mach sie! Mach sie! Mach sie! Mach sie! Mach sie! Ihr seid ein Team! Das habe ich dargestellt, du Opfer! Ja, du hast nur so getanzt! Nein! Kein Bus! Wir sind kein Team! Okay! Ist das nicht zu schwierig? Nein! Was ist aus drin? Ich kenne das nicht! Eben! Eben! Nein! Das ist zu schwierig für sie! Ich kenne das wirklich nicht! Das ist Ellie wie ein Fisch! Was? Nein! Stimmt nicht! Das ist Omenlo... Okay, das heißt... Du weißt was ich... Nein! Du Lappen! Nein! Blumenkarte... Okay! Erstes Wort, ja? Riechen Blume... Sonnenblume... Blume... Ja! Blumenverkäufer... Blumenbeet... Blumengarten... Ja! Bäh! Mit Dünnköpfe! Heute kommt der Sieg! Was ist das? Was heißt das? Du weißt genau was es ist! Oh nein! Ich weiß es nicht! Es sind zwei Wörter... Du machst das erste jetzt! Kugel... Stern... Sonne... Das erste Wort ist Sonne! Okay... Was? Frieden... Geist... Okay... Sonnenaufgang... Sonnenuntergang... Sonnenstrahl... Sonnenwärme... Sonnenstrahl... Aufgang... Etwas wie Strahl... Sonnenschein... Ja! Sonnenschein! Aber wie seid ihr auf Sonnenschein gekommen? Wissenlich... Hast du ihn gesehen, oder? Er ist aufgestanden und ich habe dann kurz nicht hingeschaut... Und dann hast du auf einmal das Wort gewusst! Wir haben geschummelt! Weißt du was er sagen will? Neue! Okay ich schaff das! Er schaff das! Er passt locker! Okay passt! Gibt es ein erstes Wort? Mhm! Kapitän! Ähm... Yo! Wo, 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 wo! Sorry aber... Wollte mich verarschen! Sie hat es ein... Ich kenne sie! Sie hat es gehört! Vor allem... Ich habe es vorhin... Ich habe es vorhin nicht in deinem Ohr gesagt! Ich habe es... Ich habe es schon... Ich habe es so von der Entfernung gesagt! Niemals hat sie es gehört! Glaub mir! Ja... Niemals hat sie es! Weißt du? Weißt du warum? Ich kenne das Kapitän! Ich habe es vorgemacht! Wir alle wissen ja... Wie Sano... Wie ehrlich Sano immer spielt! Sie ist der ehrlichste Mensch den ich kenne! Ähm... Ich kenne das wirklich! Ich kenne das da! Das bedeutet Kapitän! Ich kenne das! Ja ok ok weiter! Kapitän! Packer Kapitän! Segen Kapitän! Nein! Reden! Das ist voll! Es ist voll! Du fgreen hast! Ich kenne das jetzt! Du fängst! Ich kenne das! Du fängst! Ich kenne das! Danke! Das ist voll! Ich kenne das! Não meine Güven! Nein, wir sind kein Team. Mach das einfach, das erste Wort. Dann das zweite Wort, logisch gesagt. Ich hab das in dieses Spiel gesetzt. Das mit diesem Eins und Zwei. Auf den Plätzen, fertig, los! Erstes Wort. Tippen. Computer. Arbeiten. Tastatur. Schreibtisch. Büro. Ist das erste Wort. Dankeschön. Büroangestellter. Eingestellter. Büroangestellter. Eingestellter. Eingestellter. Ich bin Bürokapitän. Ich hab das. Büro... Bürokapitän, okay? Ich bin Büroangestellter. Vier, drei, zwei, eins, null. Du selber hast es gelernt. Bürokaufmann. Bürokaufmann. Er ist Immobilienkaufmann. Ja. Echt? Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, aber trotzdem. Nein, Alibab, nein. Das zählt nicht. Nein, natürlich zählt das nicht. Bürgermeister. Das weiß sie. Ist mir wurscht, dass sie das nicht so einfach darstellt. Passt, ja. Äh, äh, Peitschen. Schau dir das. Richter. Richter klopft auf den Tisch. Anwalt. Ähm. General. Armee. Wächter. Ähm. Wächter. Ähm. Wächter. Ähm. Warte. General. Ja, du haust auf irgendwas drauf, okay? Hast du irgendwas in der Hand, wo mich du drauf haust? Okay. Ja! Okay. Mach. Mach. Ist das ein Job, vor dem man Angst hat? Hat man Angst, oder? Hat man Respekt vor dir? Okay. Politist. Ähm. Ähm. Wettermann. Ein Job vor dem, bei dem man Respekt vor dir hat. Wettermann. 30 Sekunden noch. Mach was anderes, mach was anderes. Ich kann nichts. Nein, nicht mehr. Du bist unter Druck, ich weiß, aber versuch was zu machen. Ich weiß. Nein, nicht verinnern, nicht verinnern. Komm schon noch, zeig irgendwas mit deinem Körper. So, meine Damen und Herren. Warte, du bist im Dienst. Ähm. Ähm. Anwaltrichter. Anwalt. Mann. Noch. Drei. Drei. Eins. Und aus. Bürgermeister. Ich habe keinen Bürgermeister gesehen. Ich weiß nicht, was sie machen so. Ich habe mal gesehen, dass sie so machen. Wo hast du das gesagt? Im. Meckermundidim. Viel Spaß. Viel Spaß. Okay. Wenn ich mit sowas komme. Okay. Besteht es aus zwei Wörtern? Es ist nur ein Wort. Mhm. Ist es ein kurzes Wort? Okay, okay. Mach's einfach. Mh. 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 Vorhin. Bürgermeister. Präsident. Oh mein Gott. Jetzt kommt. Jetzt zeige ich hier. Piloten. Kampfjet. Pilotausbildung. Alles ganz genau so. Nach der Reihe. Und dann. Wenn sie verlieren. Dann bekommen sie kein Nintendo Switch. Mh. Lass ihn. Wir bekommen kein Nintendo Switch. Nasspaas. 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 Ist sehr tief. Ist nur ein Spiel aber. Ist egal. Wenn die Spiel vorbei ist. Dann können wir umarmen. Und so. Was soll ich jetzt? Oh. Okay. Schritt 4 zu 3 für euch. Ist das heute ernst? Nein. Ich finde es Spaß. Okay. Geh. Geh. Ich zeige was Spaß. Scheiße. Erster Wort. Welt. Wand. Er stellt es so lustig dar. Ich packe mein Leben nicht. Geh. Lass mich bitte. Skipp den K. Bimmi. 2 Börter. 1 Börter. Nein 2 Börter. Warte. 2 Börter oder 1? 2 Börter. 2 Börter. Hast du? Hast du? Pauli. Du bekommst. Hast du gehörige Fırt? Ich muss noch besser! Warte, war das dann doch? Ich muss noch besser! Warte, wer von euch war das? Alibaba! So, Wouter! Wo kommt Roboter jetzt? Kapitän! Krieg! Hubschauber! Noch 30 Sekunden! Hubschauber! Welt an! Welt! Ah! Daumschiff! Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich habe es nicht eingesagt. Ich schwöre auf alles! Ich schwöre! Sanna, du musst ehrlich sein! Hast du es irgendwo gehört? Nein! Das war leise! Ich habe dir das erklärt! Wir können trotzdem nicht sagen, sie haben den Punkt nicht, weil wir haben keinen Beweis. Ich habe einen Beweis! Ich schaue Kinderfilme, da geht es über ein Elf und ein Mädchen, das sind Weltraum geht. Deswegen kenne ich es. Das sind Raumschiffe, von Kinderfilmen. Zwei Wörter. Ist das ein Job? Nein, okay. Strand? Urlaub? Heiß? Zu heiß. Sommer? Sommer ist das erste Wort. Sommerparty? Sommerfest! Nein! Das heißt, ich bekomme Netendo Switch! Netendo Switch! Finanzdienstleistungsberater. Finanzdienstleistungsberater. Weißt du, was er gerade vorgeschlagen hat? Finanzdienstleistungsberater. Wieso nicht? Wenn du mit Dings kommst, mit... Was war es davor? Woher hast du gesagt? Es ist so schwer und ich habe es geraten. Präsident! Es geht um das geistige Vermöge. Ja, und das hast du anscheinend nicht, oder was? Ich will ein Netendo Switch. Hey! Fertig. Du weißt eh was das ist. Kunsthändler. Kunstkünstler. Immobilienmakler. Du gehst durch die Gegend, du schaust dir die Wände an. Bist du jemand, der sich Sachen kauft? Bist du jemand, der Sachen verkauft? Bist du jemand... Dann mach, zeig mir mal. Okay, du schaust dir die Kunst an. Museumsbesucher. Museum. Oh, okay. Geil, das ist geschummelt. Massi, ich habe euch einfach... Das habe ich gemacht. Was? Er hat es nicht gehört. Hobbsgenommen heißt, fertig gemacht. Du weißt nicht, was Hobbsgenommen heißt? Hobbsgenommen heißt. Sogar ich weiß es. Das Hobbsgenommen. Durch... Durchfall. In diesen zwei Punkten müssen wir jetzt Punkte rausholen, okay? Wir haben... Ich habe ein Wort, das mit vier Wörtern sind. Also vier. Ein Satz mit vier. Sag mal, ein Satz nicht, aber sag mal. Fall. Sondern durchfall nicht. Wisst ihr, was es zum Essen gibt? Ja. Was? Was gibt's? Was, wofür? Ja, zum Abendessen. Für wann? Für den Abend. Was für einen Abend? Okay, überlegt euch ein Wort. Okay, es besteht aus zwei Wörter. Okay, okay. Flugzeug. Flughafen. Man darf nichts benutzen. Man darf nichts benutzen. Man darf nichts benutzen. Lass ihn lassen. Ist das ein Job? Ist das ein Job? Okay. Im Flughafen. Im Flugzeug. Pilot. Flugbegleiter. Cybertess. Jetzt machen wir sie fertig und ich bekomme einen Technoswitch. Hast du gefurzt, Alibaba, oder? Denk nach, Sanna. Ich bin durchgesucht in das Gymnasium. Jachte, oder? Massi Schnauze. Ja. Oha. Oha. Nein, ich bin nicht dafür. Eins dafür. Massi, das ist so viel. Das Wort kennt sie wahrscheinlich nicht mal. Sanna. Sie wollten mir ein Wort einsagen, aber das ist zu schwer. Würdest du das Wort Technologie erraten können? Was ist das? Siehst du? Ja. Massi, ich bin in Mittelschule. 1,8. Ich kenn das Wort gar nicht. 1,8? Die Leute in 1,8. Sie kennen das vielleicht, oder? Ja, vielleicht. Wir nicht vielleicht. Also. Was? Komm. Machen die Leute sie zu, oder was? Autofahren. Mhm. Autofahrer. Anzeige es raus. Ähm. Ein Polizist. Er sieht so lustig aus. Geld geben. Er braucht Geld. Autofahrer. Autofahrer. Mhm. Der... Ein Mensch sagt, der kann nicht ein Geld haben. Mhm. Mhm. Rechts. Mhm. Links, rechts. Mhm. Mhm. Ah, ah. Ähm. Du musst sagen, welche Richtung muss ich gehen? Mhm. Rechtsfahrer. Mhm. Und dann sagt der... Mhm. Das kann ich nicht. Hahaha. Hahaha. Hallo. Hahaha. Hallo. Hahaha. Hm. Motorrad. Hallo. Hahaha. Hahahaha. Weil ich Geld habe. Hahaha. Uuuuund. Stopp. Aus. Taxifahrer. Ich schwöre, das war so lustig. Hahaha. Bilderahmen. Ja. Ist das ein Job? Mhm. Ist das aus einem Wort das? 2 Wörter? 2 Wörter? 2 Wörter? Bzzz. Bild? Foto? Bild? Ja. Ist das erste Wort. Bilderahmen. Ja. Okay. Wir haben verkackt. Im Leben geht es nicht nur ums Gewinnen, Leute. Man kann auch einfach was versuchen und stolz auf sich sein, am Ende, wenn man verloren hat. Ja? Dann hast du ja oft gestoppt. Hahahaha. 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 Ich sagte jetzt schon. Du nicht. Also Leute. Wir haben verloren. Aber. Wieder. Na. Und wieder. Im Leben geht es aber nicht nur darum. Es geht um die viele. Nicht in das Witz. Viel wichtiger Ritt. Im Leben geht um nicht in das Witz. Es gibt den Spruch. Sei deinen Feinden nah. Nein. Treiben wir es nicht. Nein. Hör zu. Sei deinen Feinden nah. Ich hab den Spruch falsch begonnen. Es heißt. Sei deinen Freunden nah. Doch deinen Feinden noch näher. Was heißt das genau? Dass wir euch nicht aus den Augen verlieren. Sei deinen Freunden nah. Und deinen Feinden noch näher. Noch näher. Das ist von Bushido. Okay. Ah. Vergessen ist einfach. Doch verzeihen ist schwerer. Vergessen ist leicht. Verzei... 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 Schwerer. Okay. Lass meinen Daumen noch da, falls ihr gelacht habt. Und falls ihr gehört habt. Vista gefurzt hat. Ganz wichtig. Das war nicht Witz. Das war Alibaba. Ja. Dann kann ich nur noch sagen. Das war's. Auf Wiedersehen. Und hasta la vista.